In diesem Video geht es um das männliche Sexualhormon Testosteron. Warum spreche ich das auf diesem Sportkanal an? Weil es eben auch sportlich relevant sein kann. Es ist nämlich förderlich im Hinblick auf das Muskelwachstum und auf Kraftleistung. Deswegen ist ein hoher Testosteronspiegel im Hinblick auf diese Bereiche sehr förderlich. Wie kann ich den Testosteronspiegel steigern? Studien haben lustigerweise ergeben, dass der Testosteronspiegel durch eine offenere Haltung gesteigert wird. Das heißt, wenn ich nur zusammengekauert irgendwo rumsitze und total verspannt bin, dann ist das schlecht für meinen Testosteronspiegel. Dementsprechend sollte ich mir eine offenere Haltung zulegen, vielleicht ein bisschen mich breiter machen beim Sitzen. Man muss sich jetzt nicht wie eine offene Hose benehmen, aber ein bisschen gelassener wirken. Das könnte förderlich auf den Testosteronspiegel sein, haben Studien gezeigt. Dann Krafttraining an sich kann den Testosteronspiegel erhöhen. Die richtige Ernährung, Milchprodukte senken den Testosteronspiegel zum Beispiel, weil da Östrogen drin ist, weil es von der weiblichen Kuh kommt. Alkohol ist ein Testosteron-Killer, sollte man vermeiden. Und Zucker senkt den Testosteronspiegel auch. Lebensmittel, die Testosteron fördern, sind zum Beispiel Brokkoli. Das kann den Testosteronspiegel erhöhen. Dann, was noch gut ist für den Testosteronspiegel, ist ein hoher Vitamin-D-Spiegel. Vitamin-D wird über das Sonnenlicht aufgenommen, aber mein Hausarzt hat mal gesagt, nur über das Sonnenlicht im Sommer. Denn im Winter, das Sonnenlicht ist so schwach, dass es kaum einen positiven Effekt auf unseren Vitamin-D-Spiegel hat. Deswegen kann es da Sinn machen, Präparate zu sich zu nehmen. Das heißt, außerhalb des Sommers Tabletten zu schlucken für einen höheren Vitamin-D-Spiegel. Was den Testosteronspiegel noch senken kann, ist auf jeden Fall Stress. Stress ist ein absoluter Testosteron-Killer, weil das Hormon Cortisol bei Stress ausgeschüttet wird. Und das arbeitet gegen Testosteron. Deswegen, Stress sollte man auf jeden Fall vermeiden. Kann man eben durch einen entspannteren Alltag herbeiführen, wenn man das irgendwie bewerkstelligen kann. Oder zum Beispiel durch Meditieren oder was einem einfällt. Und was den Testosteronspiegel noch senken kann, ist Ausdauertraining. Durch ein Ausdauertraining wird Testosteron tatsächlich gesenkt. Also der Testosteronspiegel. Weil ich habe das auch schon öfter auf dem Kanal erwähnt, Ausdauersport und Kraftsport beißen sich auch dementsprechend. Das war es zum Thema Testosteron. Wenn ihr noch Fragen habt oder interessante Bemerkungen, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ciao.